Aus Rue Monsieur le Prince Nummer 252 von Ralph Adams Cram Als ich mich im Mai 1886 endlich in Paris einfand, beschloss ich natürlich mich, der Obhut eines alten Kumpanen von mir anzuvertrauen. Eugène Marie Dardèche, der ein Jahr zuvor oder länger aus Boston fortgezogen war, als er die Nachricht vom Tod einer Tante erhielt, die ihm alles Hab und Gut, das sie besaß, hinterlassen hatte. Ich nehme an, dass ihn dieser Erbfall nicht wenig überraschte, denn die Beziehungen zwischen der Tante und dem Neffen waren nie herzlich gewesen. Doch seiner distanzierten und abweisenden Haltung zum Trotz hatte ihn Mademoiselle Blais de Tartas zu ihrem Alleinerben gemacht. Zum heftigen Zorn eines zweifelhaften alten Individuums, unrühmlich bekannt als der Sar Torevieja, der König der Zauberer. Dieser missgünstige alte Unheilsbote, dessen graues und hinterlistiges Gesicht zu Lebzeiten Mademoiselle de Tartas häufig in der Rue Monsieur le Prince erblickt worden war, hatte, so scheint es, erwartet, nach ihrem Tod voll und ganz in den Genuss ihres kleinen Vermögens zu kommen. Und als sich zeigte, dass sie ihm lediglich die Einrichtung des düsteren alten Hauses im Quartier Latin vermacht hatte, während sie das Haus selbst und alles andere, das sie bei ihrem Tod besaß, ihrem Neffen in Amerika zukommen ließ, ging der Sar daran, jedes Stück aus der Wohnstätte fortzuschaffen, und diese dann, zusammen mit all denen, die jemals darin hausen würden, ausdrücklich und umfassend zu verfluchen, woraufhin er verschwand. Jeder, der das Quartier Latin kennt, kennt die Rue Monsieur le Prince, die den Hügel empor auf den Jardin du Luxembourg zuläuft. Sie ist voll von seltsamen Häusern und wunderlichen Ecken, oder war es zumindest anno 1886. Und mit Sicherheit war die Nummer 252, als ich sie fand, gerade so seltsam wie alles hier. Sie war nichts als ein Eingangsportal, ein schwarzer Gewölbebogen aus altem Stein zwischen und unter zwei neuen, gelb angestrichenen Häusern. Der Eindruck dieses Stücks Mauerwerk aus dem 18. Jahrhundert, mit seinen schmutzigen alten Türflügeln und der rostigen, zerbrochenen Laterne, die sich trist und trübe über den engen Gehsteig hinausreckte, war, in seinem Rahmen von frischem Putz, aufs äußerste Sinister. Ich fragte mich, ob ich mich in der Nummer geirrt hätte. Es war ganz offensichtlich, dass hinter diesen Spinnweben niemand wohnte. Ich ging zum Eingang eines der neuen Hotel und fragte den Concierge. Nein, Monsieur Dardèche wohne nicht dort, obwohl ihm das Gebäude natürlich gehöre, er selber residiere in Meudon, in dem Landhaus der Verstorbenen Mademoiselle de Tartas. Würde Monsieur gern die Straße und die Hausnummer wissen wollen? Monsieur wollte sie extrem gern wissen. Also nahm ich die Karte entgegen, die der Concierge für mich schrieb, und brach unverzüglich auf zum Fluss, um ein Dampfboot nach Meudon zu nehmen. Durch einen jener ganz unerklärlichen Zufälle, die so oft passieren, war ich noch keine 20 Schritte gegangen, als ich direkt in die Arme von Eugène Dardèche lief. Drei Minuten danach saßen wir in dem kuriosen kleinen Garten des Chien Bleu, tranken Wermut und Absinth und besprachen das Ganze. Sie wohnen nicht im Haus Ihrer Tante? sagte ich schließlich in fragendem Ton. Nein, aber wenn diese Art Sache weitergeht, werde ich's müssen. Ich mag Meudon viel lieber und das Haus ist perfekt. Voll möbliert und nichts darin ist neuer als aus dem letzten Jahrhundert. Sie müssen heute Abend mit mir hinauskommen und es ansehen. Ich hab ein famoses Zimmer hergerichtet für meinen Buddha. Aber mit diesem Haus da gegenüber ist irgendetwas verkehrt. Ich kann keinen Mieter darin halten, nicht für vier Tage. Das Haus ist berüchtigt. Tatsache ist, es ist auf die übelste Weise verspukt. Ich lachte und bestellte mehr Wermut. Haben Sie jemals dort logiert? Nein, aber ich hab's immer vorgehabt und tatsächlich bin ich heute hergekommen, um ein paar wilde Burschen zu treffen, die ich kenne. Fargot und Duchesne. Doktoren in dem Krankenhaus da drüben, oben am Parc Montsouris. Die haben versprochen, dass sie irgendwann einmal die Nacht mit mir im Haus meiner Tante verbringen würden. Dass hier ringsum, müssen sie wissen, la bouche d'enfer, der Höllenschlund genannt wird. Und ich dachte, vielleicht täten sie's diese Woche, falls sie dienstfrei bekommen würden. Kommen Sie doch mit mir, während ich mit Ihnen rede. Der Plan passte mir perfekt. Also gingen wir hinauf zum Hospital und stießen auf Fargot. Der erklärte, dass er und Duchesne zu allem bereit seien, je näher dem wahren Bouchton fährt, desto besser, dass sie beide am folgenden Donnerstag keinen Nachtdienst hätten und dass sie an jenem Tage bei einem Versuch mittun wollten, den Teufel zu überlisten und das Geheimnis der Nummer 252 aufzuklären. »Wird Monsieur l'Américain mit uns gehen?«, fragte Fargot. »Natürlich«, versetzte ich, »natürlich habe ich vorzugehen. Und Sie dürfen mich nicht zurückweisen, Dardèche. Ich lehne es ab, ausgeschlossen zu werden. Hier ist eine Chance für Sie, Ihrer Stadt auf eine tadellose Manier die Ehre zu erweisen. »Zeigen Sie mir einen wirklichen, lebenden Geist und ich werde Paris verzeihen, den Jardin Mabie eingebüßt zu haben.« So wurde es vereinbart. Beim Diner erzählte mir Eugène mehr über seine verstorbene Tante und die absonderlichen Vorgänge in dem alten Haus. Mademoiselle Blais hatte, wie es aussieht, ganz allein gelebt, abgesehen von einer einzigen, gleichaltrigen Dienerin, einer gesetzten, wortkargen Bretonin mit derben, bretonischen Zügen und einer derben, bretonischen Zunge. Niemand war je dabei erblickt worden, durch die Tür der Nummer 252 zu treten, mit Ausnahme von Jeanne, der Dienerin, und dem Sar Torrevieja, wobei der Letztere beständig von »Keiner wusste, woher« kam und allemal hineinging, doch niemals heraustrat. Tatsächlich erklärten die Nachbarn, die elf Jahre lang beobachtet hatten, wie sich der alte Zauberer fast jeden Tag krabbenartig an die Türglocke heranmachte, lautstark, dass er niemals gesehen worden sei, wie er das Haus verließ. Einmal, als sie beschlossen hatten, unbeschränkt Wache zu halten, war der Wächter, kein anderer als Maître Garceau vom Chien Bleu, beinahe umgefallen, nachdem er seinen Blick von 10 Uhr morgens, als der Sar eintraf, bis 4 Uhr nachmittags auf die Tür geheftet hatte, während welcher Zeit die Tür ungeöffnet blieb. Dies wusste er, denn hatte er nicht eine 10-Centime-Briefmarke über den Spalt geklebt und war die Marke nicht unversehrt? Als auf einmal die finstere Gestalt Torreviejas boshaft mit einem trockenen »Pardon, Monsieur« an ihm vorbeiglitt und erneut durch das schwarze Eingangsportal verschwand. Das war kurios, denn die Nummer 252 war vollständig von Häusern umgeben. Die einzigen Fenster zeigten auf einen Hof, in dem von den Hôtels der Rue Monsieur le Prince und der Rue de l'Ecole aus kein Auge blicken konnte. Und das Mysterium war eine der auserlesenen fixen Ideen im Cartier-Latin. Einmal im Jahr wurde das Abweisende der Städte durchbrochen und die Anwohner des gesamten Viertels standen offenen Mundes da und sahen zu, wie allerlei Ekipagen bei der Nummer 252 vorfuhren, manche davon privat, nicht wenige mit Kronen auf den Türpanelen, wobei aus jeder von ihnen verschleierte weibliche Gestalten ausstiegen und Männer mit hochgeschlagenem Mantelkragen. Darauf folgten seltsame musikalische Klänge von drinnen und diejenigen, deren Häuser an die kahlen Wände der Nummer 252 grenzten, wurden augenblicksweise populär. Denn durch Anlegen des Ohrs an die Wand konnte man die sonderbare Musik deutlich hören, sowie den Laut monoton singender Stimmen dann und wann. Gegen Tagesanbruch war der letzte Gast üblicherweise abgereist und für ein weiteres Jahr war das Hotel der Mademoiselle de Tartasse ominös still. Eugène erklärte, dass er glaube, es sei eine Zelebration der Valpurgisnacht gewesen und sicherlich sprachen die Vorkommnisse für solch eine Vermutung. Ein verrückter Zug an der ganzen Affäre, sagte er, ist die Tatsache, dass jeder Mann in der Straße schwört, vor ungefähr einem Monat, während ich mich auswärts zu einem Besuch in Concarneau befand, seien die Musik und die Stimmen erneut vernommen worden, gerade als wenn meine verehrte Tante leibhaftig dagewesen wäre. Das Haus war, wie ich es ihnen geschildert habe, vollkommen leer. Darum ist es gut möglich, dass die lieben Leute eine Halluzination genossen haben. Ich muss zugeben, dass mich diese Geschichten nicht eben beruhigten. Tatsächlich begann ich, als der Donnerstag näher kam, meinen Entschluss, die Nacht in dem Haus zu verbringen, ein bisschen zu bedauern. Gleichwohl war ich zu eitel, um zurückzutreten, und die vollkommene Gelassenheit der beiden Doktoren, die am Dienstag nach Meudon herunterkamen, um ein paar Arrangements zu treffen, veranlasste mich zu schwören, dass ich eher vor Angst sterben würde, als zu kneifen. Nun gut, um auf die denkwürdige Nacht des 12. Juni zu kommen. Eugène öffnete die quietschende Tür der Nummer 252 und versuchte, eine der Laternen anzuzünden. Doch der böige Wind blies jedes Streichholz aus, und wir mussten zuletzt die Außentür schließen, ehe wir an ein Licht kommen konnten. Am Ende hatten wir alle Laternen in Betrieb, und ich fing an, neugierig umherzuschauen. Eines ist gewiss, sagte Fargo. Hier könnte alles passiert sein, ohne die leiseste Chance auf Entdeckung. Haben Sie jemals einen solch perfekten Platz für Gesetzlosigkeit gesehen? Und alles könnte hier jetzt passieren, mit derselben Gewehr von Straffreiheit, setzte Duchesne fort und zündete seine Pfeife an, wobei das Anratschen des Streichholzes uns alle auffahren ließ. Dardesch, ihre betrauerte Verwandte, war zweifellos wohlpräpariert. Sie hatte hier vollen Spielraum für ihre überlieferten Experimente in Dämonologie. Fluch über mich, wenn ich nicht glaube, dass eben diese Überlieferungen mehr oder weniger auf Tatsachen beruhen, sagte Eugène. Ich habe diesen Hof nie zuvor unter diesen Voraussetzungen betrachtet. Doch jetzt könnte ich alles glauben. Was war das? Nichts als eine zufallende Tür, sagte Duchesne laut. Na ja, ich wünschte nur, Türen würden nicht in Häusern zufallen, die seit elf Monaten leer stehen. Es ist irritierend. Und Duchesne schlang seinen Arm durch den Main. Aber wir müssen die Dinge nehmen, wie sie kommen. Denken Sie daran, wir haben es nicht nur mit dem geisterhaften Kram zu tun, den Ihre scharlachrote Tante hier hinterlassen hat, sondern ebenso mit dem zusätzlichen Fluch dieses Hexers Torrevieja. Kommen Sie, lassen Sie uns hineingehen, ehe die Stunde schlägt, da die verhüllten Toten schreien und wimmern in diesen einsamen Hallen. Zünden Sie Ihre Pfeifen an. Der Tabak ist ein sicheres Schutzmittel gegen solch abscheuliche Leichen. Zünden Sie an und setzen Sie sich in Bewegung. Wir öffneten die Tür zur Halle und traten in ein gewölbtes, steinernes Vestibül voll von Staub und Spinnweben. Der alte spanische Beschwörer, dem Mademoiselle de Tartas ihren persönlichen Besitz hinterlassen hatte, hatte sein Werk gründlich verrichtet. Das Haus war absolut leer. Selbst die eingebauten Garderoben und Bücherschränke waren weggeschleppt worden. Wir durchschritten Zimmer nach Zimmer und fanden alle absolut ausgeräumt. Allein die Fenster- und Türrahmen samt ihren Füllungen, die Parkettfußböden und die mit floralen Mustern verzierten Renaissance-Rauchfänge waren verblieben. Ich fühle mich besser, bemerkte Fargo. Das Haus mag verspukt sein, aber es sieht gewiss nicht so aus. Es ist der respektabelste Ort, den man sich vorstellen kann. Warten Sie nur ab, versetzte Eugène. Dies sind bloß die Prunkgemächer, die meine Tante selten genutzt hat, außer vielleicht bei ihrer alljährlichen Walpurgisnacht. Kommen Sie nach oben und ich werde Ihnen eine bessere Mise en Seine zeigen. Auf jener Etage waren die zum Hof hingelegenen Räume, die Schlafzimmer, vier an der Zahl ziemlich klein. Es sind nichtsdestotrotz die bösen Zimmer, sagte Eugène, und allesamt im Erscheinungsbild grad so normal wie die im Stockwerk darunter. Hinter ihnen verlief ein Korridor, verbunden mit dem des Seitenflügels, und in diesem Korridor befand sich eine Tür, die anders als jede andere Tür darin mit grünem, etwas mottenzerfressenem Flanell bezogen war. Eugène wählte einen Schlüssel aus dem Bund, das er bei sich trug, schloss die Tür auf und brachte sie mit einiger Mühe dazu, nach innen zu schwingen. Sie war so schwer wie die Tür eines Safes. Wir sind nun, sagte er, unmittelbar an der Schwelle zur Hölle selbst. Diese Räumlichkeiten hier drinnen waren das Unheiligste vom Unheiligen meiner scharlachroten Tante. Ich vermiete sie niemals mit dem Übrigen des Hauses, sondern bewahre sie als eine Kuriosität, erzittern sie und treten sie ein. Das erste Zimmer war eine Art Vorraum, ein Kubus von vielleicht zwanzig Fuß zu jeder Seite, ohne Fenster und mit keinerlei Türen, außer der, durch die wir eingetreten waren und einer weiteren zur Rechten. Wände, Fußboden und Decke waren mit einem schwarzen Firnis gestrichen, der, glänzend poliert, im Licht unserer Laternen in tausend verschlungenen Spiegelungen aufblitzte. Es war wie das Innere einer enormen japanischen Dose und ungefähr ebenso leer. Von dort aus gingen wir in ein anderes Zimmer und hier ließen wir beinahe unsere Laternen fallen. Der Raum war kreisförmig, etwa dreißig Fuß im Durchmesser und überdacht von einer hemisphärischen Kuppel. Wände und Decke waren dunkelblau mit goldenen Sternen besprenkelt und quer durch das Kuppelgewölbe von einem Ende zum anderen reichend erstreckte sich in rotem Schellack die kolossale Gestalt einer knienden nackten Frau. Ihre Beine zogen sich zu beiden Seiten auf dem Fußboden hin. Ihr Kopf berührte den Querbalken der Tür, durch die wir eingetreten waren und deren Seiten von ihren Armen gebildet wurden, wobei sich die ausgebreiteten Unterarme an den Wänden entlang reckten, bis sie die großen Füße erreichten. Das bestürzendste, hässlichste, grauenhafteste Ding, glaube ich, das ich je erblickt habe. Vom Nabel herab hing ein großer, weißer Gegenstand, wie das sagenhafte Ei des Vogelroch aus Tausend und einer Nacht. Der Fußboden war von rotem Schellack und in ihn eingelegt war ein Pentagramm von der Größe des Raumes, gefertigt aus breiten Messingstreifen. Im Zentrum dieses Pentagramms befand sich eine kreisrunde Scheibe von schwarzem Stein, ein bisschen wie eine Untertasse geformt, mit einer kleinen Aussparung in der Mitte. Die Wirkung des Raumes war schlicht überwältigend, mit dieser gigantischen, über all das hingekauerten roten Figur, deren starrende Augen auf einen fixiert waren, egal welche Position man einnahm. Keiner von uns sprach, so niederdrückend war die ganze Sache. Das dritte Zimmer glich in seinen Dimensionen dem ersten, doch anstatt schwarz zu sein, war es ganz und gar mit Messingplatten ausgeschlagen. Wände, Decke und Fußboden. In der Mitte stand ein länglicher Altar aus Porphyr, seine längere Partie auf der Achse der Zimmerflucht und an dem einen Ende, gegenüber der Reihe von Türen, ein Piedestal aus schwarzem Basalt. Das war alles. Wir schritten hinaus. Eugène schloss die Eisentür mit ihrem Flanellüberzug und wir gingen in eine der vorderen Kammern, setzten uns nieder und schauten einander an. Nette Person, ihre Tante, sagte Fargo. Nette alte Person, mit reizendem Geschmack. Ich bin bloß froh, dass wir die Nacht nicht in den Räumlichkeiten zubringen sollen. Was, denken Sie, hat sie dort getrieben? fragte Duchesne. Mein Eindruck ist, sagte Dardesch, dass das Messingzimmer eine Art Sanktuarium war, in dem irgendeine Statuette oder sonst etwas auf dem Basaltsockel stand, während der Stein davor wirklich ein Altar war. Welcher Natur die Opferung gewesen sein mag, kann ich aber nicht einmal vermuten. Der runde Raum könnte für Anrufungen und Beschwörungen benutzt worden sein. Das Pentagramm sieht ganz danach aus. Schauen Sie her, es ist nahezu zwölf. Wir sollten uns verteilen, wenn wir diese Sache zu Ende bringen wollen. Die vier Schlafkammern in dieser Etage des alten Hauses waren jene, denen man nachsagte, verspuckt zu sein, während die Seitenflügel und, soweit wir wussten, auch die unteren Stockwerke ganz unschädlich waren. Es wurde vereinbart, dass wir jeder einen Raum übernehmen und die Türen bei brennendem Licht offen lassen sollten und wir alle gehalten seien auf das kleinste Rufen oder Klopfen hin, sogleich in das Zimmer zu eilen, aus dem das warnende Geräusch kommen könnte. Es gab zwar keine Verbindung zwischen den Räumen, doch da die Türen allesamt in den Korridor führten, war jeder Ton deutlich hörbar. Das letzte Zimmer fiel an mich und ich überprüfte es sorgfältig. Es wirkte durchaus harmlos. Ein gewöhnliches, quadratisches, ziemlich hohes Pariser Schlafzimmer, in weiß bemaltem Holz gehalten, mit einem kleinen marmornen Kamin, einem staubigen Fußboden mit Ahorn- und Kirschbaumentarsien, die Wände beklebt mit einer gebräuchlichen, offensichtlich ganz neuen Papiertapete, dazu zwei tief eingelassene Nischenfenster, die hinaus auf den Hof zeigten. Mit einiger Anstrengung öffnete ich das Schiebefenster und ließ mich auf dem Fenstersitz nieder, neben mir meine Laterne, ausgerichtet auf die einzige Tür, die auf den Korridor wies. Ich stopfte meine Pfeife und wartete. Eine Zeit lang waren die Stimmen der Männer in den anderen Zimmern eine Begleitung, und anfangs rief ich ihnen dann und wann etwas zu. Doch meine Stimme schallte ziemlich unschön durch die langen Korridore und hatte eine suggestive Art, im linken Flügel neben mir rundherum wiederzuhallen und bei einem zerbrochenen Fenster an dessen äußerstem Ende herauszukommen, wie die Stimme eines anderen. Ich gab meine Konversationsversuche rasch auf und widmete mich der Aufgabe, wach zu bleiben. Das war nicht leicht. Warum hatte ich nur diesen Lattichsalat bei Per Garceau gegessen? Ich hätte es besser wissen sollen. Er machte mich unwiderstehlich schläfrig und Wachsamkeit war absolut notwendig. Es war zweifellos erfreulich zu wissen, dass ich schlafen könnte, dass mir mein Mut bis zu solchem Grad zu Gebote stand, doch im Interesse der Wissenschaft musste ich wach bleiben. Aber fast niemals, so schien es, hatte der Schlaf so begehrenswert gewirkt. Ein halbhundertmal nahezu pflegte ich für einen Moment einzudösen, bloß um aufzuschrecken und festzustellen, dass meine Pfeife ausgegangen war. Nicht einmal die Anstrengung, sie neu anzuzünden, brachte mich in Fahrt. Ich riss mechanisch mein Streichholz an und sackte beim ersten Zug wieder weg. Es war äußerst verdrießlich. Ich stand auf und wanderte im Zimmer herum. Es war höchst ärgerlich. Meine verkrampfte Stellung hatte bewirkt, dass mir beide Beine fast eingeschlafen waren. Ich konnte kaum stehen. Ich fühlte mich starr wie vor Kälte. Es gab keinerlei Geräusch mehr aus den anderen Zimmern, auch nicht von draußen. Ich sank in meinen Fensternischensitz nieder. Wie dunkel es wurde. Ich drehte die Laterne auf. Diese Pfeife wieder, wie hartnäckig sie immer ausging. Und mein letztes Streichholz war dahin. Die Laterne, war auch sie am Ausgehen? Ich hob meine Hand, sie wieder aufzudrehen. Die Hand fühlte sich an wie Blei und fiel neben mir nieder. Da wurde ich wach. Vollständig. Dies war das Grauen. Ich versuchte aufzustehen, aufzuschreien. Mein Körper war wie Blei, meine Zunge war gelähmt. Ich vermochte kaum, meine Augen zu bewegen. Dunkler und dunkler bereits wurde das Muster der Tapete nach und nach von der voranschreitenden Nacht verschluckt. Eine kribbelnde Taubheit sammelte sich in jedem Nerv. Mein rechter Arm glitt ohne Gefühl von meinem Schoß zur Seite. Und ich konnte ihn nicht hochheben. Er baumelte hilflos herab. In meinem Kopf setzte ein feines, lebhaftes Summen ein, wie das von Zikaden. Irgendetwas war dabei. Mich, meinen Körper und Geist, einer langsamen Paralyse zu unterwerfen. Körperlich war ich bereits tot. Wenn ich nur meinen Geist, mein Bewusstsein aufrecht erhalten könnte, wäre ich vielleicht sicher. Aber könnte ich's? Könnte ich dem wahnsinnigen Grauen dieser Stille widerstehen? Dem zunehmenden Dunkel? Der schleichenden Erstarrung? Ich wusste, dass hierin meine einzige Rettung lag. Mein Körper war tot. Ich konnte nicht länger meine Augen bewegen. Sie waren mit jenem letzten Blick auf die Stelle fixiert, wo die Tür gewesen war. Jetzt nur mehr eine Vertiefung des Dunkels. Finsterste Nacht. Das letzte Geflacker der Laterne war erloschen. Ich saß da und wartete. Mein Geist war noch regsam, aber wie lange würde das anhalten? Es gab eine Grenze, selbst für das Ertragen der äußersten panischen Angst. Dann begann das Ende. In der samtigen Schwerze erschienen zwei weiße Augen, melchig, opalisierend, klein, weit entfernt, furchtbare Augen, wie ein Todestraum. Schöner, als ich es beschreiben kann, bewegten sich die Funken weißer Flammen von der Peripherie nach innen und verschwanden im Zentrum wie ein endloser Strom opalnen Wassers in einem kreisrunden Tunnel. Hätte ich auch die Kraft dazu besessen, ich hätte meine Augen nicht abwenden können. Sie verschlangen förmlich die furchtbaren, wunderschönen Dinger, die, auf mich fixiert, langsam, langsam wuchsen, vorrückten, noch schöner wurden, während die weißen Lichtfunken rascher in die flammenden Strudel fegten und die schreckliche Faszination ihre wahnhafte Intensität noch steigerte, als die weißen, vibrierenden Augen näher kamen, größer wurden. Gleich einer widerwärtigen und unerbittlichen Todesmaschine schwollen die Augen des unbekannten Schreckenswesens an und dehnten sich aus, bis sie dicht vor mir waren, riesig, grauenvoll, und ich spürte, wie ein kalter, feuchter Atem langsam mit mechanischer Regelmäßigkeit gegen mein Gesicht trieb und mich in seinen übel riechenden Dunst einhüllte, in seine beinhaushafte Tödlichkeit. Mit gewöhnlicher Furcht geht stets ein körperliches Grausen einher, doch bei mir herrschte in Gegenwart dieses unsäglichen Dinges allein das völlige und entsetzliche Grausen des Geistes, die Wahnsinnsangst eines anhaltenden und gespenstischen Albtraums. Wieder und wieder versuchte ich zu schreien, irgendwelchen Lärm zu machen, doch körperlich war ich ganz und gar tot. Ich konnte lediglich spüren, wie ich angesichts des grässlichen Todesschreckens verrückt wurde. Die Augen waren nahe über mir, ihre Bewegungen so rasch, dass sie nichts als bebende Flammen zu sein schienen. Der tote Atem umgab mich wie die Tiefen der tiefsten See. Plötzlich sackte ein feuchter, eisiger Mund wie der eines toten Kuttelfisches, unförmig, galertartig, auf den Meinen. Das Schreckenswesen begann mir langsam, das Leben auszusaugen. Spazien. 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 Untertitelung des ZDF, 2020